Schule als Lebensort für Kinder und wir versuchen Bewegung in den Alltag der Kinder zu integrieren als mit ihrem natürlichen Bewegungsdrang, den auch wieder zu reaktivieren, wenn er nicht da ist und die Kinder, die gut sich bewegen können, also die rückwärts gehen, springen oder auf einem Bein rüpfen, dass sie auch viel besser lernen können, wie sich bei Konzentren können. Und Flatterflatter! Das ist toll! Ein guter Voll! Untertitelung des ZDF für funk, 2017